So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zum zweiten Teil meines Rückblicks auf den September 2020 und jetzt ist es ein bisschen positiver, jetzt geht es um die Spiele, die mir richtig gut gefallen haben, die mich begeistert haben, wo ich sage, wow, mega gut und wo ich einfach auch gar nichts von erwartet habe und die dann wirklich schick waren, die auch vielleicht teilweise bei der ersten Partie oder beim Angucken dachte ich so, oh Gott, was für ein Graus und dann gespielt und vielleicht nochmal gespielt und dann gesagt, so, das ist eigentlich schon echt ganz schick und ja, ich würde sagen, also ich versuche halt mich kurz zu aufzuhalten, weil ich habe halt über die meisten dieser Spiele schon relativ oft geredet, über manche nicht ganz so oft, da werdet ihr vielleicht ein bisschen mehr erfahren, aber eigentlich gibt es zu allen diesen Spielen auch bald noch ein Video und dann könnt ihr auch einfach in das Video gucken, gerade in das letztgenannte Spiel wird es das Video wahrscheinlich morgen oder übermorgen geben und das wird sicherlich auch viele von euch interessieren, also lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir einfach mal an. So, los geht's mit Clever hoch 3, das habe ich zufällig hier auch gerade liegen, also es gibt ein neues ganz schön Clever, auch wieder von Wolfgang Warsch, der dritte Teil der Reihe und ich bin mal gespannt, ob es nächstes Jahr dann noch ein Clever hoch 4 oder was er sich jetzt auch immer ausdenken wird, geben wird. Das habe ich zugeschickt bekommen von Schmidtspiele und wir haben es jetzt schon ein paar Mal gespielt und ich mag es auf jeden Fall sehr. Ja, ich würde euch empfehlen, kauft euch erst ganz schön Clever, also wenn ihr keins davon kennt, ihr müsst die auf jeden Fall spielen, richtig, richtig, richtig gut, aber fangt nicht mit dem an, fangt wirklich mit dem ganz schön Clever an, weil das hier ist schon, hat es wirklich in sich, ist auch durchaus ein bisschen verwirrend, weil es hat bei Gabe, es gibt verschiedene Würfel, die man in verschiedenen Bereichen eintragen kann und dann entweder Zahlen oder Kreuze da reinmachen muss und es gibt verschiedene Scorings und man kann immer so Bonnie freischalten, wo man irgendwie nochmal Sonderwürfel irgendwo eintragen kann, da gibt es so Ketteneffekte, das triggert und das ist total befriedet und macht sehr viel Spaß, wenn das eintritt und bei Gelb ist es halt so, man kann immer nur, wenn ich den Würfel im ersten Wurf rausnehme, in den Gelben, kann ich es nur in die erste Reihe eintragen, im zweiten Wurf bei der zweiten und beim dritten Wurf in die dritte Reihe und da kommt man auch schon mal durcheinander, dass man irgendwie den Würfel nimmt, den auf drei legt, weil man den dritten Wurf genommen hat und einem das total gut passen würde, dass das ganz oben in der ersten Reihe kommt, trägt das ein, dann fällt er im Hintergrund an, na, hätte ich ja gar nicht gedurft. Dementsprechend auch als Passiver darf man halt bestimmte Zahlen und bestimmte Reihen schreiben, da war für uns auch erstmal verwirrend, darf ich jetzt als Aktiver da reinschreiben oder nicht, da steht zwar irgendwie alles schon in der Anleitung, aber da muss man dann teilweise doch schon sehr, sehr genau nachlesen, auch genau, wie funktioniert das jetzt mit so einem Plus Eins, wo trage ich den dann ein, wenn ich dann auch vielleicht meine eigene Würfel nehme, die auf dem Silbertappet liegt, wo passt der denn dahin und das ist tatsächlich, also wenn man es wirklich 100% genau liest, schon eindeutig, aber wir sind da recht oft durcheinander gekommen und ich glaube, da hat es ein paar Mal gedauert, bis wir ein paar fehlerfreie Partien gespielt haben, aber ansonsten auch wieder ganz schicke Ideen drin, dass man halt in einer Reihe sich immer entscheiden muss, ich kann da halt einfach eintragen, was ich will, da kann ich immer die Zahl nehmen in rosa, eintragen, entweder nehme ich halt die Hälfte der Zahl, also ich halbiere eine 6 zu einer 3 oder eine 2 zu einer 1 und eine 3 wird aufgerundet dann, eine 1 zu einer 15 zu einer 2 und nehme den Bonus, unter jedem Feld steht ein Bonus oder ich halbiere es nicht und trage die Punkte ein, entweder den normalen Wert, also 5 als 5 Punkte, manchmal auch verdoppelt, wenn der Bonus besonders geil ist oder manchmal auch verdreifacht, also aus einer 6 wird eine 18, aber dann ist der Bonus darunter noch besser, ein Fuchs oder sowas und dann nimmt man eigentlich nie den mal 3, sondern eigentlich immer den Fuchs, ich kann mir keinen Fall vorstellen, wo das irgendwie besser wäre und bei Bei Türkis wird halt geguckt, wie viele andere Würfe dieser Zahl gibt es schon auf meinem Blog und also da habe ich schon diese Runde rausgenommen, so viele Kreuze darf ich dann da in die jeweiligen Spalten machen und bei Braun ist es irgendwie so quicksmäßig, ich kann halt die bestimmte Zahl, die angegeben ist, ankreuzen, wo ich möchte, darf danach aber nur rechts davon Kreuze machen, bei Blau ist es wieder so, Blau mit Weiß kombinieren und dann muss es aber genau plus 1 sein, also 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 oder 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 und 13 geht halt relativ schwierig, deswegen kann man auch mit In der 7 immer wieder resetten, aber Tiefe und besonders hohe Zahlen eintragen bringt dann nochmal extra Punkte und das waren auch glaube ich schon alle Bereiche, die es gibt, ja, also es ist wieder gut gemacht, der Highscore an der Anleitung fürs Solospiel geht bis ab bei Ja, bei 450 Punkten los ist die höchste Wertung, ich glaube ich war in der ersten Partie bei 195, dann bei 205 und dann bei 240, also das ist ja bei ganz schön clever eigentlich immer das Knifflige rauszufinden, wo muss ich welche Würfel eintragen, um wirklich auf die richtig hohen Ergebnisse zu kommen und ich glaube, da wird man hier ganz schön lange dran rumtüfteln, bis man da wirklich in die richtig hohen Regionen vorkommt, aber das ist auf jeden Fall wieder extrem gut gemacht, wobei ich da auf jeden Fall sagen muss, ich spiele diese ganz schön clever Spiele, also die kann man natürlich auch irgendwie, ja eigentlich maximal zwei Leuten auch so spielen, aber 100 mal lieber auf dem Handy, das ist viel schneller gespielt und sie sagen, nach dem Highscore ist da natürlich dann deutlich angenehmer, also da auf jeden Fall mal in die App reingucken, aber natürlich ist das Spiel, weil dann irgendwann hat man auch diese Routine raus, man versucht dann halt diesen Highscore wirklich zu knacken und noch um 1, 2, 3, 4, 5 Punkten nach oben zu schieben und spielt dann auch immer da drauf und wenn ich es halt wirklich mit anderen Leuten spiele, hat das auch nochmal eine knifflige Entscheidung, weil ich halt immer überlege, okay, ich könnte das jetzt nehmen, das ist ja gut für mich, dann würde ich aber diesen Würfel rauslegen, der für ihn total toll wäre, kann ich nicht machen, komm, ich würfe nochmal einen neuen, ärgert sich der andere und man selbst sich auch, weil wahrscheinlich das neue Ergebnis, wie schlecht da für einen selbst ist, also das ist schon nochmal was anderes und wenn das wirklich alle drauf und alle Bock drauf haben, dann kann das auch super gut funktionieren, bevorzuteil mit zwei Spielern, die es können, weil leider, man kommt immer mal wieder durcheinander, da habe ich mir den Bonus genommen, habe ich ihn nicht genommen, habe ich hier das Kreuz gemacht, ja das ist, man muss da wirklich diszipliniert immer, sofort wenn man das erreicht hat, durchstreichen, Bonus nehmen, fertig, aber wir haben auch beim ersten ganz schön clever so oft die Kreuze nachgezählt, ob jetzt irgendjemand nicht ein Kreuz zu viel oder zu wenig gemacht hat, weil uns das irgendwie immer ein bisschen komisch vorkam, aber wie gesagt, an und für sich, echten, also Roll and Ride mäßig, so in der Region, bei diesen so sehr abstrakten Roll and Rides, ist das auf jeden Fall mein absoluter Favorit. Und schon ist es wieder länger geworden, das nächste ist Paris, Stadt des Lichts oder Stadt der Lichter, das ist bei Cosmos rausgekommen, da habe ich jetzt schon ein paar Partien von gespielt und ich habe mich da ja auch in meinem Cosmos-Überblicks-Video schon mal sehr darauf gefreut und habe gesagt, so, oh, das ist bitte, bitte wieder ein gutes Zwei-Personen-Spiel von Cosmos und ich finde es richtig, 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 richtig gut und auch ein Spiel, das man nicht so schnell ausgespielt hat, glaube ich, hat ja zwei Phasen, ne, wir haben, zum einen müssen wir uns erstmal einen Stadtplan bauen, wo wir halt Plättchen hinlegen müssen, auf die wir dann später bauen können, auf manche Felder kann nur ein Mitspieler spielen, auf manche kann nur ich spielen, auf andere Felder können wir beide spielen, das heißt, da muss man auch mal vorbereitet sein, weil derjenige, der dann anfängt, die zweite Phase, wo man da auch die Gebäude drauf bauen kann, der kann dem anderen, gerade wenn der so große Teile genommen hat, schon schnell was vermiesen, weil er das dann nicht mehr irgendwo hinlegen kann. Und in der zweiten Phase müssen wir dann eben diese Gebäude, die wir auch in der ersten Phase genommen haben, platzieren, es liegen so acht Sonderwertungskarten um das Spiel, oder Sonderaktionskarten um das Spielfeld rum, die wir auch alle benutzen müssen, jeder hat so vier Marker, die muss man benutzt haben, bevor das Spiel zu Ende ist, also muss ich da auch genau gucken, wann benutze ich welche Sonderaktionen, mal ist es irgendwie so ein Maler hinstellen, der braucht ganz viel Licht, mal irgendwie kann man ein Haus verlängern, weil wenn wir diese Häuser an Laternen auf dem Spielfeld ranbauen, dann kriegen wir dafür Punkte, und zwar eine Gebäudegröße mal Anzahl der Laternen drumherum, und vielleicht kann man auch nochmal eine Sonderlaterne bauen, oder irgendeine Laterne überbauen, wo man da den Mitspieler schadet, also das ist tatsächlich nur eine halbe Stunde, aber die ist schon sehr sehr knifflig und verläuft auch immer wieder durchaus anders, und das ist immer so ein kleiner Tanz, so ein Katz-und-Maus-Spiel, und man versucht da wirklich immer zu gucken, dass man wirklich so die beste Aktion hinbekommt, dass man die Karten zu seinem Vorteil nutzt, dass man schnell das Gebäude irgendwo hinbekommt, dass man schnell die tolle Spezialaktion nimmt, dass man einfach irgendwie am Ende die meisten Punkte hat. Das ist also ein Spiel, das ich auf jeden Fall in meiner Sammlung behalten werde, und wenn ihr halt wirklich gut gemachte, kurzweilige Zwei-Personen-Spiele mögt und sucht, die eben auch wirklich interessant sind und auch durchaus abwechslungsreich, dann guckt euch das mal an. Wenn ihr nicht farbenblind seid, denn dieses Spiel ist eine absolute Katastrophe, der eine Spieler hat irgendwie die blauen Felder, der andere hat irgendwie die orangenen Felder, und die Felder, die beide benutzen können, ist dann so ein Mischmasch, so ein Lila-Ton, glaube ich. Aber das Blau und das Lila, mit ganz, ganz viel Anstrengung, hat das so ein paar Helligkeitsunterschiede, die ich als Farbenblinder unterscheiden kann, aber da muss ich wirklich extrem angestrengt hingucken, und selbst dann komme ich durcheinander, muss ständig nachfragen. Wir haben das jetzt so gemacht, wir haben in die blauen Felder mit Blau nochmal in X reingemalt, und auch einfach so gemacht, dass ich immer Blau spiele und mein Mitspieler Orange, weil weiß ich genau, Blau und Lila sind meine Felder. Alles Orangene ist halt das vom anderen Spieler, also das kriegt man schon hin, als Farbenblinder, aber auch da ist natürlich dann die Frage, ist das jetzt eigentlich gerade ein neutrales Plättchen, ist das meins, wo ich auch einfach so hinbauen kann, also ist da die Gefahr, dass du mir das wegnimmst oder nicht? Also da muss man halt leider sein Spiel ein bisschen verschandeln und dann mit dem Edding drauf machen, das ist halt eine absolute Katastrophe. Mir ist ein Rätsel, wie sowas heutzutage noch passieren kann, da müssen die Verlage einfach drauf achten, meiner Meinung nach, weil Farbenblindheit bei Männern ist definitiv ein großes Problem. Und das ist immer mit so einfachen Mitteln, also da muss man sich nur mal 5 Sekunden hinsetzen und sich Gedanken machen, irgendwelche andere Muster, andere Kacheln drauf machen, irgendwas, was relativ leicht unterscheidbar ist. Warum wird das nicht gemacht? Ich verstehe es nicht, ich muss mich da vielleicht dem Thema nochmal ein bisschen größer annehmen, da vielleicht regelmäßiger Videos zu machen oder irgendwie so ein Award verleihen oder so ein Flop-Ding, Fett aufs Thumbnail machen, wenn es halt nicht farbenbindentauglich ist. Das ist wirklich, wirklich schade, weil davon ab ist das Spiel jetzt so super nett. Man kann das halt, wie gesagt, einfach modifizieren mit einem farbigen Edding irgendwie, ich werde mir nochmal einen weißen holen und dann das da drauf malen. Dann sieht es zwar nicht mehr ganz so hübsch aus, ist aber definitiv spielbar und wie gesagt, an und für sich ein schönes Spiel und ich muss versuchen, kürzer zu werden. Das nächste ist The Castle of Tuscany, das habe ich ja auch diverse Male gespielt und habe dem Spiel auch durchaus ein paar Schwächen unterstellt. Diese Kartenstrategie ist erstmal der kleine Bruder von Bogen vom Burgund, ein bisschen schneller gespielt, auf so eher auch Kennerniveau, aber deutlich unter Bogen vom Burgund. Und es gibt so verschiedene Verstärker, die man sich nehmen kann, wo man dann mehr Karten ziehen kann, mehr Teile ablegen kann, mehr Bonusaktionen bekommt, mehr irgendwie Bauern bekommt, die Karten ersetzen, mehr Karten vom bestimmten Staffel ziehen kann. Und das macht schon Spaß, am Anfang sich das so zusammenzupusten, wie lege ich meine Landschaft, was will ich wann wie wo triggern, wo will ich mir irgendwelche Vorteile holen, wo will ich vielleicht auch die Märchen, also dass ich irgendwas zuerst vollgepustet habe, mir die Marker holen und das eben irgendwie runterspielen. Und wenn man sich das cool zusammenbaut, dann kann da auch vieles durchaus triggern, aber da muss halt immer vieles zusammenpassen, diese Kartenzielstrategie ist halt immer der einfache Weg, womit nicht gesagt werden soll, dass der immer funktioniert. Also ich glaube auch, wenn man da so auf dem gleichen Skill-Level sich langsam hochpowert und beide Spieler das gleich gut können, dann werden da auch oft andere Strategien gewinnen können, aber zum Anfang würde ich euch das immer raten, weil das, wenn man auch nicht so viel Plan vom Spiel hat, dann kann man damit auf jeden Fall erstmal nichts falsch machen und nach ein paar Partien kann man dann auch mal andere Sachen ausprobieren. Aber das mag ich, das ist so zu zweit eine halbe Stunde runtergespielt, ich mag so dieses Bogenform-Burund-mäßige, dass ich, wenn ich bestimmte Teile irgendwo hinlege, ich dafür spezielle Belohnungen bekomme, man hat auch die passenden Handkarten sammeln muss, also ist ein bisschen Zug um Zug tatsächlich drin und es gibt auch nie die passenden Karten, weil es gibt acht verschiedene Farben, die man haben kann und man braucht immer zweimal die passende Farbe, um so ein bestimmtes Teil auf den Spielplan zu legen. Also mir macht das einfach Spaß. Ich habe das selber nicht, ich habe mir da eine Version aus der Spieleburg ausgeliehen, aber ich muss mir das irgendwie nochmal besuchen. Ich weiß nicht, ob es wirklich oft gespielt werden würde, aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo ich immer sofort sagen würde, komm, spiele ich mit. Das ist ja oft so eine Kategorie von mir, wonach ich Spiele bewerte, so dieser Wiederspielreiz. Ist es ein Spiel, das ich begeistert vorschlagen würde? Ist es ein Spiel, das ich sofort von mir aus rausholen würde? Ist es ein Spiel, das in meiner Sammlung bleibt, weil ich es immer wieder spiele? Ist es vielleicht auch ein Spiel, wo ich sage, okay, das ist gut, das brauche ich aber nicht? Aber wenn wer anders das hat, dann würde ich auch immer sofort begeistert mitspielen. Oder ist es etwas, wo ich sagen würde, okay, das würde ich mitspielen? Oder ist es ein Spiel, wo ich sagen würde, wenn du unbedingt möchtest, kann ich das mitspielen? Oder ist es ein Spiel, wo ich sagen würde, nein, auf gar keinen Fall, also lass uns irgendwas anderes spielen, das ist verschwendete Lebenszeit. Und das ist auf jeden Fall eins, das ich immer sehr, sehr gerne mitspielen würde. Dann Rift Force. Habe ich ja auch schon relativ viel zu erzählt, auch in meinen letzten Kickstarter-Videos. Ich habe im Live-Let's-Mit-Stefan dazu gemacht. Auch so ein Zwei-Personen-Kartenspiel, wo es so zehn verschiedene Gilden gibt, so Charaktere, die dann immer bestimmte Dinge können, die draften wir halt vor Spielbeginn. Also einer kommt zufällig raus, dann liegen da noch neun, wir nehmen uns abwechselnd jeder einen und der letzte kommt auch raus. Dadurch hat man immer wieder neue Konstellationen, wie man die Fähigkeiten kombinieren kann, wenn man was ausspielt, wenn man was triggert. Hat ein ganz cooles System, das man halt so fünf Slots hat und kann die halt irgendwie geballt irgendwo hinlegen. Da können die vielleicht ihre Effekte besser bündeln, aber immer wenn man Karten nachzieht und man hat irgendwo Einheiten liegen, wo der Mitspieler keine Einheiten liegen hat, bekommt man dafür Punkte. Weil ich glaube, zwölf Punkten ist das Spiel schon zu Ende und auch die Karten aufspielen. Ich kann entweder alle Karten einer Farbe, einer Fraktion aufspielen, also bis zu drei, oder Karten einer Zahl. Also die haben Werte fünf, sechs, sieben. Ich kann dann sagen sieben. Okay, jetzt spiele ich halt drei Siebener-Karten aus. Drei auf einen Slot oder nebeneinander. Und genauso kann ich, wenn die da liegen, kann ich sagen, okay, ich aktiviere jetzt entweder alle Frostkarten, weil ich eine Frostkarte gespielt habe, oder ich sage, ja, ich lege hier eine Sieben ab. Ich aktiviere drei Siebener und mache dann damit irgendwelche coolen Effekte und kann dich zerstören, meine Einheiten rumbewegen, kriege ich dafür Punkte. Und das sind immer knifflige Entscheidungen, wo lege ich die hin, lege ich die verteilt, lege ich die geballt hin. Jetzt habe ich hier diese Karten, ziehe ich schon nach, spiele ich noch zwei Karten aus, lege ich diese Karte ab, um damit die Aktion zu triggern, auch wenn das vielleicht gerade suboptimal ist. Aber Timing ist auch wichtig in dem Spiel. Und am Anfang dachte ich auch, okay, so ein 0815-Karten-Spiel, wo sich irgendwie zwei Magier duellieren, wie aufregend kann das sein? Habe es dann halt wiederholt gespielt und man hat sofort gemerkt, ich habe mit Stefan vier, fünf Partien gespielt, wie auch da unser Skill-Level sehr schnell sehr hoch gegangen ist und wir uns wirklich richtig hart gebettet haben und da wirklich saßen und über jede Karte, jede Entscheidung nachgedacht hat. Das ist einfach richtig gut, kommt auch aus Wien, also wenn ihr da jetzt irgendwie einen Bezug zu haben sagt, oh, ein Spiel aus Wien, würde ich gerne unterstützen, dann guckt euch das auf jeden Fall mal an. Ich fand das auch richtig gut. So dann Tekeno, das fand ich ja auch überraschenderweise, das hat mich selbst überrascht, richtig, richtig gut. Das könnte ich sofort wieder spielen. Ich sag's ja immer, hier, Terrafall Master ist so ein prima Beispiel dafür, Karten machen Spiele immer besser, also in der Regel, wenn sie gut implementiert sind. Und hier ist es eben auch so, es ist halt so ein hochverzahltes Zero, im Prinzip wie Theo, Theo, Kahn, nur mit Karten. Manche davon sind Einmaleffekte, manche davon geben mir irgendwelche besonderen Vorteile am Scoring, dass ich halt für bestimmte Dinge Punkte bekomme, wo die anderen keine Punkte für bekommen. Und halt Karten, die dauerhaft die Regeln für mich ändern, die für mich bestimmte Aktionen besser machen, wo ich irgendwie Punkte bekomme, wo ich irgendwie nochmal zusätzlich produzieren kann, wenn ich irgendwas Bestimmtes mache. Und diese Karten sollte man sich halt relativ oft im Spiel holen. Es gibt sogar eine Startkarte, wo man sowas schon bekommen kann, was immer ein krasser Vorteil ist. Und da kann man dann so ein bisschen seine Aktionen drauf aufbauen. Man spielt insgesamt nur 16 Runden, man nimmt also 16 Würfel, das gibt zweimal ein Scoring, also nach 8 das erste, nach 16 das zweite. Man versucht schon relativ viele Punkte im ersten Scoring zu machen, weil die Punkte kriegt man nochmal im zweiten Scoring. Und es ist auch so, man hat halt viele Optionen, wobei einmal einen Würfel nehmen und damit Ressourcen produzieren ist schon eine der Optionen. Dann bleiben halt schon nur noch 15 Aktionen, wenn ich das 2, 3, 4 mal mache, habe ich halt auch dementsprechend weniger Aktionen für andere Dinge. Es gibt halt 6 verschiedene Bereiche auf dem Spielplan, die man nutzen kann. Und man möchte eigentlich auch jeden davon irgendwie 1, 2 oder 3 mal nutzen, aber ich habe halt auch nur 18 Würfel. Und ich muss auch immer gucken, die Würfel liegen neben dem Obelisten, mal im Schatten, mal in der Sonne, je nachdem welche Farbe die haben, sind die mal pure, mal tainted. Das heißt, ich klicke dann auf die entsprechende Seite der Waage, muss dann möglichst ein Gleichgewicht halten, damit ich nicht irgendwie Minuspunkte bekomme und in der Spielereihenfolge vorne bin. Und dann muss ich irgendwie bauen, ich kann Säulen bauen an den Tempel, ich kann da Gebäude hinbauen. Wenn ich ein Gebäude baue, möchte ich jetzt Säulen gebaut haben. Wenn ich Säulen baue, möchte ich erst Gebäude gebaut haben. Also das ist immer so ein Abwägen, so ein Hin und Her. Und auch gerade, wenn das erste Scoring durch ist, dann weiß ich halt, okay, ich habe mir jetzt das und das aufgebaut. Ich habe vielleicht die und die Karten, die und die Sonderfähigkeiten. Ich habe jetzt ja nur noch 8 Aktionen. Ich habe gerade die Ressourcen, ich möchte das noch machen, das noch machen, das noch machen, das noch machen. Okay, da weiß ich eigentlich schon mal, was meine nächsten 7 Aktionen sind. Da muss ich aber auch noch gucken, habe ich überhaupt die Würfe dafür mit den passenden Zahlen? Wobei das geht schon, aber liegen überhaupt die richtigen Würfe im richtigen Bereich? Hat die vielleicht irgendjemand weggenommen? Das ist hart zum Reinkommen tatsächlich, aber wenn ihr es erklärt bekommt von jemandem, der schon gespielt hat, dann ist man da eigentlich super schnell drin. Die Aktionen sind auch schon immer auch nicht so super krass mit einer Verzahnt. Meistens brauche ich für das eine das andere, wo ich wieder das für brauche, wo ich das für brauche, wo ich das für brauche. Und mich dann auch entscheide, wie komme ich da jetzt ran? Lasse ich bestimmten Aspekt auch einfach weg? Oder versuche ich voll auf eine Sache zu gehen? Probiere da mal was aus? Also, wenn euch Teotihuacan gefallen hat, gehe ich davon aus, dass euch Tekeno auch gefallen wird, weil das für mich in einer ähnlichen Liga spielt. Ich habe Teotihuacan auch nur zweimal gespielt. Fand das auch so okay. Wahrscheinlich, wenn ich es jetzt noch 3-4-5 Mal spielen würde. Ich glaube, diesen Kakao würde ich immer hassen. Aber Tekeno hat mich richtig umgebeamt. Das ist ein Spiel, das bleibt meiner Sammlung. Das würde ich von mir aus vorschlagen. Das hat ein Rating von fast 4,0 auf Bord gegeben. Ich finde, so komplex ist das tatsächlich gar nicht. Aber das wird hier auf jeden Fall noch eine Weile bleiben. Okay, das muss man kurz fassen. Gebe ich dann wohl auf. Root haben wir auch wieder gespielt. Das ist so ein Spiel, da habe ich eine Hassliebe mit. An und für sich finde ich es toll. Tolle Ideen drin, tolles Konzept. Und dann ist es immer wieder so, Regel überladen, so viele Sonderregeln, so viele Ausnahmen. So viele Dinge, die man sich merken muss. Die auf dem Tableau stehen, die aber auf dem Tableau nicht komplett stehen. Die eigentlich noch ganz anders funktionieren. Man muss es eigentlich mit der gleichen Gruppe oft spielen. Jeder muss mal jede Fraktion gespielt haben, damit man weiß, was die anderen machen, wie die anderen funktionieren. Dann will ich es aber eigentlich in der gleichen Runde mit den gleichen Fraktionen ganz oft spielen. Also wenn ich die Vögel spiele, ich 2, 3, 4, 5 Mal die Vögel spiele. Damit man sich irgendwie darauf einspielen kann. Man muss eben auch immer gucken, wie machen die anderen Fraktionen ihre Punkte. Wie verhindere ich, dass sie explodieren. Und dann einfach eben zügig gewonnen haben. Und da gibt es jetzt ja die Steam-App zu. Die habe ich noch nicht. Die werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Weil das ist natürlich immer gut bei solchen Spielen, die so krass überladen sind mit Regeln, mit Ausnahmen und Sonderregeln. Wenn man die dann in der App-Version 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Mal spielt, was tatsächlich deutlich zügiger geht natürlich, als wenn ich das mit Freunden mal hier am Tisch spielen muss. Dann hat man diese ganzen Regeln irgendwann drauf, weil man will irgendwas machen, Computer sagt nein. Und dann weiß man, okay, geht nicht und das geht so und so. Und ah, wenn ich das angeklick, habe ich die nur die Option. Dann lernt man, glaube ich, diese Spiele deutlich besser. Natürlich hat das den Haken, wenn nur ich das so oft spiele. Und ich spiele es dann halt mit meinen Kumpels am Tisch, die es nicht so oft gespielt haben. Ist die Chance, dass ich dann einfach gewinne, weil ich einfach so viel Erfahrung und Routine damit habe und auch weiß, wie ich gewisse Sachen verhindere und wie ich mein Volk selbst am besten booste, weil ich es eben auch bei anderen Leuten vielleicht online gesehen habe, dann kann das schon aus dem Ruder laufen. Das sollten dann also auch irgendwie alle gespielt haben. Aber ich glaube, es ist auch gar nicht so schlimm, wenn es einer kann und eben auch das so gut kann, dass er wirklich auch eben die Übersicht über die Regeln hat, dass wirklich alles so läuft, wie es soll und nicht irgendwo gebaut wird, wo es gar nicht erlaubt ist. Oder, ja, also ich werde mir die, haben auch schon ein paar Leute geschrieben, dass die App wirklich gut sein soll und ich werde mir die auf jeden Fall auch noch angucken. Und zu Root wird es wahrscheinlich auch nochmal so ein Diskussionsvideo geben, wo wir zu zweit oder zu dritt darüber reden, aber ich würde nicht vor Dezember, vielleicht Januar, Februar damit rechnen. Das wird also noch ein bisschen dauern, aber Root ist ja so ein Spiel, das ist irgendwie immer hot und immer aktuell. Also davon werden wir noch länger was haben. Dann Greenville 1989. Das Spiel ist Gott sei Dank genauso gut, wie ich es mir erhofft habe. Hatte ich ja auch in meinem Cosmos Vorschau Video drin, was ich da noch gar nicht wusste. Das ist ja auch so eine Dixit, eher Mysteriums-Variante, nur dass wir hier eben auch tatsächlich so ein bisschen Storytelling drin haben. Das heißt, es sind alles so Karten mit so einem Horror-Thema aus den 80ern eben, ist ja auch 1989. Und wir kriegen halt eine Karte und müssen dann halt erzählen, was, ne, meinetwegen irgendwie so ein erleuchtetes Haus auf dem Hügel, so irgendwie auch alles düster, aber das leuchtet irgendwie so grau. Man sieht so eine Frau mit einem Messer am Fenster und im Hintergrund so eine monströse Spinne, wo man die riesigen Spinnenbeine neben dem Haus sieht. Und dann muss man selbst halt erzählen, was das jetzt genau ist, wie man sich fühlt, was auch so der nächste Schritt ist, in welche Szene einen als nächstes erwartet. Und dann macht das halt jeder Spieler, auch der Spielleiter selbst. Das finde ich halt so super gut an dem Spiel. Und dann deckt der Spielleiter halt Karten auf, irgendwie glaube ich immer zwei mehr als Mitspieler mitspielen. Und dann sind das halt auch wieder irgendwelche Szenen, die oftmals nichts mit dem zu tun haben, was wir vorher gesehen haben. Und dann musst du halt jedem Mitspieler eine Karte zuweisen, auch sich selbst. Und dann müssen die anderen Spieler halt auch nochmal sich ihre Marke auf die passenden Karten legen, wo der Game Master sie zugeteilt hat. Und der Game Master hat sich selbst halt auch irgendwo hingelegt. Und das mache ich halt dann als Game Master nicht selbst. Dann müssen eben die Spieler auch diskutieren. Okay, Benjamin hat gerade das und das erzählt zu der Geschichte. Das passt doch voll gut zu dem Bild. Er hat sich bestimmt das Bild zugewiesen und legt dann halt meinen Marker hin. Und dann auch, nachdem die Runde durch ist, ist auch der nächste Spieler der Game Master. Das heißt, man ist immer involviert. Mysterium ist ja auch so ein Spiel, das leider viel verschenktes Potenzial hat, weil vieles in dem Spiel einfach nicht wirklich gut funktioniert. Und das macht Greenville 1989 einfach meiner Meinung nach in allen Belangen besser. Und eben auch gerade das, dass der Game Master auf jeden Fall mit dabei ist. Alle immer involviert sind. Die Interaktion die ganze Zeit super hoch ist. Man eben nicht nur diese Karten aufspielt, sondern jeder immer die ganze Zeit beteiligt ist. Und ja, also bin ich absolut angetan von. Wird auch in meiner Sammlung bleiben. Hat natürlich dieses Horror-Thema. Von daher auch jetzt nicht zwingend so in jeder Familienrunde machbar. Aber wenn da jetzt nicht wie kleine Kids dabei sind, die gar nichts damit zu tun haben, sollte das auf jeden Fall machbar sein. Das gefällt mir sehr, sehr gut. In meiner Version gab es noch kleinere Materialprobleme. Solltet ihr die vielleicht auch in der Verkaufsaison haben, dass sich auf diesen Zuordnungsteilen halt irgendwie so ein bisschen die Seite ablöst. Man sieht leider, welche das sein könnte, weil das halt der eine oder die beiden mit Macke sind. Dann schreibt an den Verlag, ich gehe davon aus, wenn das ein Problem ist, dass es häufiger auftreten sollte, dann werden die da sehr schnell sehr unkompliziert für Ersatz sorgen. Und sind auch schon dabei, das Problem auf jeden Fall einzukreisen und zu fixen. Und zu gucken, ist das jetzt Einzelfall, der nur ab und zu mal vorkommt mit einer bestimmten Charge oder generell. Aber da erfahrungsgemäß gerade der Cosmos Verlag wird da auf jeden Fall für einen guten Ersatzteilservice sorgen, wenn es häufiger vorkommen sollte. Dann auch ein etwas älteres Spiel, Lovecraft Letter. Für mich persönlich die mit Abstand beste Love Letter Version, die ich kenne, ist halt an und für sich ein ganz normales Love Letter. Aber es gibt jede Karte noch einmal extra und dann so als Wahnsinnskarte. Und wenn ich halt eine Wahnsinnskarte, ich spiele auf meinen eigenen Ablagestapel, wenn man Karten nicht gespielt habe, wenn aus irgendeinem Grund, warum auch immer, eine Wahnsinnskarte vor mir liegt, bin ich wahnsinnig. Dann kann ich die Wahnsinnsfunktion einer Wahnsinnskarte nutzen, wenn ich eine auf der Hand habe, die meistens signifikant besser ist als andere Karten, die halt so normal sind. Aber ich muss auch immer zu Rundenbeginn einen Wahnsinnscheck machen, Karten vom Stapel ziehen, so viele wie ich Wahnsinnskarten vor mir habe. Wenn eines davon eine Wahnsinnskarte ist, habe ich sofort verloren. Wenn nicht, geht es halt weiter und das hat einfach durch diese Spezial-Wahnsinnskarten nochmal krassere, interessantere Effekte. Da können die Runden nochmal ganz anders verlaufen, zum Beispiel die Vier ist ja so eine klassische Karte, du bist geschützt, dann bin ich halt einfach für eine Runde geschützt. Bin ich aber wahnsinnig und spiele die Wahnsinnsvier aus, dann bin ich geschützt und zwar das ganze Spiel über. Ich kann dann nicht mehr ausscheiden, ich kann nicht mehr rausgeschmissen werden, ich kann nicht von Karteneffekten von anderen Leuten betroffen werden, ich bin einfach bis zum Ende drin. Dann muss ich halt noch die höchste Karte haben, weil sonst hat halt einfach der andere gewonnen. Oder wenn ich irgendwie die 8 auf der Hand habe und dann bin ich irgendwie zwei andere Wahnsinnskarten schon irgendwie ausgespielt habe und ich spiele die aus, ich glaube, dann habe ich das ganze Spiel gewonnen, nicht nur die eine Runde. Und eine andere Karte, der Hirnzylinder Migo, so eine 0, wo man dann mal erst die Karte wegnehmen kann, gibt ihm dann diese Karte, die toll schlecht ist und man kann selbst eben noch eine Karte aufspielen und dann vielleicht auch raten, was er auf der Hand hat. Also hat einfach echt coole Effekte, also wenn ihr Love Letter auch mögt, einfach das beste Love Letter ever, meiner Meinung nach, spielen wollt, dann guckt euch Love Craft Letter, auch wenn es schon drei Jahre ist, alt ist es auf jeden Fall definitiv mal an. Dann Punktesonat, das gibt es jetzt eben auch endlich auf Deutsch, was ganz gut ist, weil es ist schon ein bisschen Text und das kriegt man mit normalem Englisch zu hin, aber jetzt ist es halt komplett auf Deutsch. Und das ist einfach nur ein kleiner Draft-Absacker. Wir haben halt Karten vor uns liegen, die zeigen verschiedene Gemüsearten, auf der Rückseite ist immer eine Sache, für die man Punkte bekommt, ein wenig für die meisten Karotten, für die wenigsten Spinatkarten, für ein Set auf Spinat, Kohl und was auch immer es gibt. Und wenn ich dran bin, nehme ich mir einfach zwei Gemüsekarten aus der Auslage oder eine Punktekarte. Wenn ich mir halt Gemüsekarten nehme, kommen die Punktekarten dahin als Gemüse, das heißt, wenn ich schon sehe, aha, der hat viel Spinat, hier gibt es eine Karte, die einem viel Spinat bringt, dann kann ich mir selbst die Karte nehmen oder wenn mir nichts bringt, nehme ich halt aus der Spalte mir eine Gemüsekarte, die mir hoffentlich irgendwie Punkte bringt und dann kommt die Punktekarte halt als Salatkarte hin und er kann sich die schon nicht mehr nehmen. Natürlich kann da zufällig eine andere Karte hinkommen und mehr ist es auch nicht. Es ist von den Regeln her super einfach. Nimm dir zwei Gemüsekarten oder nimm dir eine Punktekarte. Füll danach die Auslage wieder auf, gespielt wird so lange, bis alle Karten durch sind, dann guckt man, welche Gemüsekarten hat man ausgespielt, welche Punktekarten hat man, wie viele Punkte kriegt man dafür und dann hat irgendwer gewonnen. Dann darf man auf gar keinen Fall ein komplexes, anspruchsvolles, tiefgehendes Spiel erwarten, aber so als Absacker, Draft, ich sammle irgendwie Punkte und Sets zusammen im Spiel, ist das, finde ich persönlich, super schick. So, dann ein Spiel, das unter Vorbehalt hier in der Liste ist und zwar Bonfire von Stefan Feld. Das habe ich heute das erste Mal gespielt und das ist auf jeden Fall, es hat ein Komplexitätsrating von 3,44 auf Bord im Geek, also geht schon Richtung Experten, spielst du deutlich über Karsens auf Tuscany. Und, also wir haben halt die Lernpartie gespielt und da habe ich einfach, weil das ist schon, also, ja, da ist zwar dieses Thema drin mit diesen Läufer und den Gnomen und so, das ist aber sowas schon aufgesetzt, das ist aufgesetzt, da geht es fast gar nicht mehr, aber trotzdem ganz knullig gemacht, auch die Gnomenkarten sind dann schon ganz süß, und das Artwork, die Präsentation, als ich Fotos davon gesehen habe, dachte ich so, oh graus, das sieht ja echt schlimm aus, aber das ist schon irgendwie alles nett, das passt ganz gut zusammen, das kann man sich überhinstellen und auch losspielen, da kriegt man Leute, also Tekeno sieht da, glaube ich, schlimmer aus. Und die Partie war wirklich eine Lernpartie, ich habe halt einfach Dinge gemacht und gesagt, okay, kann ich mal die Aktion, was mache ich da überhaupt? Und, ja, dann einfach irgendwie, man kommt dann schon irgendwie rein, man sieht schon, ah, okay, das gehört hiermit zusammen, aber das ist halt wirklich ein, also auf Expertenlevel definitiv, ich habe einfach diese Partie, wo ich wahllos Dinge gemacht habe, genutzt, um halt diese Aktion zu lernen. Ich hätte mir da jetzt auch mit meinem Nichtwissen über das Spiel mir alles erklären lassen können, alle Optionen durchgehen können, lange grübeln können, na, was ist jetzt irgendwie die beste Option, aber das ist eh bei so einem Spiel noch auf so einem Level, wo ich mir sage, in der ersten Partie, komm, ich will das jetzt nicht vier Stunden lang spielen, ich will einfach das Spiel lernen und verstehen, wie es geht und natürlich, wenn ich gewinne, ist es schön, aber es hat in einer Expertenpartie in der ersten Runde eigentlich nie was zu sagen, also einfach Aktionen gemacht. Jetzt habe ich es, glaube ich, durchschaut, habe man auch in den letzten Runden gemerkt, wo ich dann wusste, wie es geht, dann fing auch das Grübeln an, so, okay, jetzt habe ich es verstanden, jetzt wird es kompliziert und das ist auf jeden Fall gut gemacht, das wird auch auf jeden Fall in den nächsten 1, 2, 3 Tagen noch 2, 3, 4 Mal auf den Tisch kommen und dann wird es da auch ein Video, also ein richtiges Video zu geben. Kann sein, dass es so ein bisschen dieses angesprochene Problem mit den guten Kenner- und Experten-Spielen hat, dass es einfach auf guten, krass hohen Niveau ist, aber man sich halt fragt, wo ist jetzt so das Alleinstellungsmerkmal, also es ist, also ich bin mal gespannt, wir werden das vielleicht morgen Abend, vielleicht übermorgen mit einem Kumpel spielen, der es noch nicht kennt und wir haben es jetzt ja gespielt, können es also hoffentlich relativ gut erklären, wie schnell, also wie gut wir das dann erklären können und wie schnell der Mitspieler auch drin ist, dass er einen Plan hat, was er da tut, das sollte eigentlich relativ zügig gehen, das ist auch schwer zu beschreiben von der Grundmechanik, man braucht halt immer so Aktionsmarker, die man einsetzt, um bestimmte Aktionen machen zu können, diese Marker kriegt man, indem man so dreiteilige, also mit so drei Sektionen, einfach so Teile, längliche Teile, auf den Spielplan legt und seine Stadt quasi, die muss man aneinander puzzeln, immer wenn ich halt gleiche Symbole nebeneinander oder übereinander habe, dann kriege ich den Marker halt besonders oft, also lege ich nur irgendwie so ein Ding dahin, wo ein Schiff drauf ist, kriege ich einen Schiffmarker, lege ich dann noch einen Schiffmarker da drüber, kriege ich schon zwei Schiffmarker, lege ich dann noch einen Teil, wo noch ein Schiffmarker an der richtigen Position ist, dass ich wirklich drei Schiffe untereinander habe, kriege ich drei von diesen Schiffmarkern, kann also diese Schiffsaktion, wo ich zu Inseln fahre, um mir die Aufträge zu holen, besonders gut machen, ich kann aber auch diese ganzen Marker als Joker für andere Ressourcen ausgeben, immer zwei, ne, beliebige, kann ich für eine bestimmte Aktion benutzen, und das will ich eben auch machen, ich möchte mit dem Schiff fahren, ich möchte auf diese Inseln fahren, ich möchte mir auf diese Inseln Aufträge holen, diese Aufträge möchte ich erfüllen, ich möchte mir da diese hohe Priesterin holen, mit denen möchte ich so Prozessionen machen, möchte aber denen auch erstmal Wege bauen, wo ich dann wieder Ressourcen für bekomme, möchte irgendwie Portal, also die Aufträge werden dann zu Portalen, muss dann aber noch den Weg mit dem Portal verbinden, und muss dann noch so ein Rad in der Mitte drehen, gibt da jetzt super viel, ist echt verzarrt, und hat eben auch wieder Karten, die die Regeln ändern, was ich ja immer gut finde in solchen Spielen, weil die bringen Asymmetrien rein, die sagen, okay, du hast jetzt diese Karte, spiel darauf, nutze das Ganze, wenn du das gut machst, wirst du gewinnen, und dadurch, dass es halt so viele Karten gibt, und man dann nie irgendwie alle Karten haben will, sondern wird sich vielleicht ein, zwei, drei Karten, die wirklich frühen Effekt haben, auf das Spiel, holen, dadurch läuft aber auch dann schon wieder jede Partie anders, es ist relativ wenig Glück drin, so ein paar Sachen werden schon aufgedeckt, aber eigentlich ist es dann schon auf jeden Fall eher ein Skillspiel, und ja, also es ist, wie gesagt, die erste Partie war für mich so, wow, ich habe gar keinen Plan, wie das hier alles zusammenhängt, ich mache einfach mal, gucke da hinten raus, was passiert, und man denkt sich auch mal, ah, Stefan Feld, das hast du ja aber auch wieder, ausgedacht, passt alles gar nicht, so wie ich mir das vorgestellt habe, aber das ist gut gemacht, das wird wieder auf den Tisch kommen, und ich bin mal gespannt, wie dann so mein finales Urteil dazu ausfallen wird, aber ich denke auch ein Spiel, wo ich euch auch wieder so ein, ich spiele jetzt mal ein Runde oder zwei oder drei Vor-Videos machen kann, wo ihr dann eben auch selbst gut reinkommt, gut seht, aha, so ist das, weil auch vom drüber reden, erklären so, ja, also manchen hilft das, ich persönlich muss das halt immer am besten so vorgespielt sehen, dann bekomme ich wirklich ein Gefühl dafür, und das vielleicht noch kombiniert mit einer Meinung, dann kann ich mir selbst ein Urteil bilden, aber sehr wahrscheinlich wird es morgen wieder gespielt, und wie gesagt, da guckt gerne mal bei meinem Kanal, Bretschburg Live vorbei, ich spiele auch immer wieder, äh, spiele live hier auf dem Kanal, das wird es jetzt in nächster Zeit, außer vielleicht beim Montag mit Markus am Samstag, ein bisschen weniger geben, weil, ich mache jetzt auch noch zeitnah halt, ne, Spiele spielen, dann eben auch live, und dann das Video dazu, und wenn es dann halt irgendwie gerade so ein Live-Video auf dem Hauptkanal gibt, und dann kommt ein Tag später das Erklär-Spiel-Video dazu, dann gucken das, glaube ich, auch gefühlt immer ein bisschen weniger Leute, und wenn ich das auf die beiden Kanäle trenne, kannibalisieren die sich vielleicht nicht gegenseitig, und dementsprechend, wenn ihr aber da interessiert seid, da einfach mal reingucken wollt, wie das so ist, vielleicht auch wie das erklärt wird, also ich mache ja auch in diesen Livestreams, wenn ein neuer Spieler dabei ist, live so eine Erklärung, wo ihr auch mal seht, wie lange dauert das, kann ich das alles irgendwie nachvollziehen, wird auch hoffentlich bald noch besser, weil in sieben Stunden kommt hier ein Techniker, und wird mir sagen können, ob ich hier statt einem 5 Megabit-Upload, oder hoffentlich heute dann, einen 50 Megabit-Upload habe, und dann werden zum einen meine Videos nicht mehr irgendwie 10 Stunden brauchen, bis sie hochgeladen sind, so 20 GB Dateien, brauchen mit 5 Megabit-Upload schon einige Zeit, sondern das geht dann vielleicht deutlich schneller, und die Livestreams, bisher sind die immer in 720p, was ja aufgrund der Leitung hier einfach nicht besser geht, und wenn das funktioniert, dann werden die auf jeden Fall in HD sein, dann werden die vielleicht sogar in 4K sein, mal gucken, ob das geht, ob sich das lohnt, vielleicht sogar mit zwei Kameras, wo ihr dann wählen könnt, möchte ich die Perspektive von oben sehen, möchte ich irgendwie schräg auf den Tisch sehen, oder möchte ich vielleicht lieber die Mitspieler sehen, dass ihr euch das selbst immer entscheiden könnt, drückt da die Daumen, dass das funktioniert, wenn dieses Video online ist, weiß ich wahrscheinlich sogar schon, ob das generell geht, ob das heute schon geht, oder ob der Techniker nochmal wiederkommen muss, weil das in dieser Wohnung, in diesem Haus alles ein bisschen anders ist. So, dann El Grande, das kam auch wieder auf den Tisch, auch Area-Control-Spiel, da sind wir ja gerade ein bisschen hinterher tatsächlich, und dafür, dass es halt auch schon echt alt ist, also das Original ist ja, ich glaube, nach 96 Spiel des Jahres geworden, ist das echt ein schicke Spiel, das vielleicht so unter normalen, modernen Area-Control-Spielen, ich weiß nicht, ob es zurückfällt. Es ist einfach auch ein super einfaches System, man merkt im Spiel so ein Alter, in bestimmten Dingen auf jeden Fall an, aber auf eine sehr charmante Art und Weise. Und eigentlich habe ich nur Karten von 1-13 noch vorhanden, und ich kann halt nur einen davon ausspielen, die noch keine andere Runde ausgespielt hat, und je höher die ist, umso kann ich mir zuerst eine von diesen Karten aussuchen, mit denen ich halt Aktionen dieser Runde machen kann, die halt stärker oder schwächer sind. Ich kriege aber irgendwie keine neuen Leute, keinen neuen Caballeros, die ich brauche, um Aktionen zu machen, um Gebiete zu besetzen. Da muss ich ja gucken, dass ich meinen Vorrat manage, oder ich spiele vielleicht eine tiefe Karte, dann kriege ich viele von diesen Caballeros, aber kann halt mir zuerst erst eine Karte nehmen, und im Spiel zu 5 kriege ich einfach die Karte, die überbleibt, die vielleicht dann gut für mich ist, vielleicht auch nicht, und da muss man immer gucken, okay, welche Region besetzt man, was wird gewertet, wo kriege ich Punkte für. Und das ist so ein Spiel, das ich wirklich gerne häufiger spielen würde, weil wir haben es nur zu, ich glaube, zu dritt gespielt, und zu dritt ist definitiv die schwächste Zahl, weil auch bei diesen Kartenwerten, wenn irgendwie der eine nimmt einen hohen Wert, der andere einen tieferen Wert, dann kann ich mir genau aussuchen. Möchte ich da in der Mitte sein, oder möchte ich irgendwie da drunter sein, und dann kann ich halt auch nur einen drüber spielen, um vorhin dran zu sein, trotzdem viele Effekte zu bekommen, und zu 5 ist das alles noch ein bisschen mehr Dynamik, also das sagt auch Boardgamegeek, da empfehlen das irgendwie 8% zu dritt, und 30% sagen so, bitte nicht zu dritt spielen, und 50% der Spieler sagen, ja, zu viert ist schon ganz gut und am besten, aber die absolute Mehrheit mit irgendwie 73% sagt, mit 5 Leuten ist das Ding super gut. Ich habe irgendwann mal, auch erst vor kurzem, vor ein paar Wochen auf Reddit, eine Top 5 der besten Area-Control-Spiele gelesen, und ich weiß nicht mehr genau, was die anderen Titel waren, das war auf jeden Fall auf Platz 1, war El Grande mit 5 Spielern, auf Platz 2 war El Grande mit 4 Spielern, dann keine Ahnung, Bloodray und Root oder sowas, und dann kam auf Platz 5, El Grande mit 3 Spielern, also scheinen schon einige Leute ganz schön umzubeamen, dementsprechend, ich würde das gerne mal nochmal zu 5 spielen, um zu gucken, wie das da ankommt, ja, es gab jetzt gerade die Big Box, eigentlich auch so ein klassisches Spiel, wo man sich auch nicht wundern würde, wenn einfach mal so die Rewise Deluxe Edition kommen würde, aber in der El Grande Big Box, ich weiß nicht, ob man die noch kaufen kann, die gab es glaube ich zum 20-jährigen Jubiläum, ist auch schon ein bisschen her, habe ich auch schon so lange rumstehen, ein bisschen her, leider noch nicht spielen können, sind auch gleich die beiden Erweiterungen mit drin, die das Spiel auf jeden Fall nochmal krass aufblähen, und aufpumpen, und das auf jeden Fall deutlich anspruchsvoller machen, die haben wir noch nicht auszuwerten, mal gucken, ob wir das irgendwann tun, aber, ja, können wir mal sagen, ob ihr zu El Grande vielleicht nochmal so ein kleines Let's Play, Erklär, Rezensionsvideo sehen wollt, dann versuche ich das auch nochmal auf den Tisch zu bringen, aber da geht auch wahrscheinlich erst 2021. Und dann das letzte Spiel, wo wahrscheinlich einige von euch schon drauf waren, Anno 1800. Das ist ein Spiel, wo ich am Anfang gesagt habe, okay, boah, das sieht ja aus, da liegen ja nur Plättchen nebeneinander auf dem Tisch, und man legt auf sein Tableau nur diese Plättchen, das ist echt von der Präsentation her nicht hübsch, da bin ich auch immer noch der Meinung, ich habe auch nach der ersten Partie gesagt, das spielt sich so, wie es aussieht, und das habe ich jetzt dann auch noch ein bisschen häufiger gespielt, und es ist schon auf jeden Fall spaßig, ich habe das Anno nie wirklich gespielt, das allerallererste vor 10, 12, wann auch immer das rauskam, Jahren mal, aber ich glaube trotzdem, dass es das Gefühl des Computerspiels schon einigermaßen gut einfängt, ich habe halt diese Bürger, die will ich halt hochleveln, dafür muss ich erstmal bessere Industrien haben, bessere Güter produzieren, um deren Bedürfnisse zu befriedigen, und brauche halt so Produktionsketten, und die sind auch teilweise sehr vielschichtig, ich kann auch immer mit dem Mitspieler handeln, wenn der halt schon irgendwas hat, was ich brauche, dann muss ich das nicht selbst bauen, sondern kann sagen, okay, dann handele ich mal mit dir, dafür würde ich vielleicht eine große Handelsforte haben, dafür brauche ich wieder irgendwie bessere Schiffe, bessere Werfen, dafür brauche ich wieder bessere Bürger, dafür brauche ich wieder irgendwie andere Technologien, also man ist ständig am grübeln, was spiele ich und was mache ich, man ist auch wieder Karten getrieben, ich habe halt diese Karten von den Bürgern, die mir verschiedene Spezialeffekte bringen, wo ich einfach Upgrades kostenlos machen kann, ob ich neue Bürger bekomme, oder wo ich Handelsmarker einfach auch aus der Reihe bekomme, wo ich mir so Expeditionspunktekarten nehmen kann, und spannend wird es eben auch, es wird eben schon, also diese Produktionskarten sind natürlich immer ein bisschen das Gleiche, aber durch diese Wertungskarten, die ausliegen, von denen immer fünf ausliegen, von denen auch manchmal einfach Karten sein können, während einer Runde darfst du eine besondere Aktion machen, bringt dir keine Punkte, aber auch die Spieldynamik ein bisschen, diese Karten sorgen halt auch immer für ganz unterschiedliche Spielverläufe, wenn da jetzt steht, wenn du nur einmal erkundest und irgendwie eine neue Insel aufdeckst, dann kriegst du dafür 18 extra Punkte, versucht man natürlich nur mit einer Erkundung durchzukommen, und nicht irgendwie vielleicht alle vier Sachen zu erkunden, wie man das sonst machen würde, oder wenn es so eine Karte gibt, die sagt, minus zwei Punkte für jede Handkarte, dann, ja, muss man wirklich aufpassen, weil im Normalfall, wenn der andere Spieler das Spiel zügig beendet, das ist zu Ende, wenn keiner mehr Handkarten hat, dann kann man trotzdem gewinnen, obwohl man noch viele Karten hat, weil man einfach auch coole Sachen gemacht hat, die einem Punkte bringen, kriege ich aber mega viele Punkte für meine Handkarten abgezogen, dann muss ich irgendwie anders spielen, also man muss seine Strategie schon an diesen Werfungskarten ausrichten, an seinen eigenen Handkarten, gucken, was man da so hat, gucken, welche Industrien man hat, auch gerade dieses Handeln, dass man immer ein bisschen wie bei Seven Wonders mäßig gucken kann, was haben so die Mitspieler, dann nutzt man das einfach, die können sich da auch nicht gegen wehren, man braucht aber trotzdem selbst die Handelsmarker dafür, die Person kriegt ein Gold, mit einem Gold kann ich halt Arbeiter schneller wieder freisetzen, ohne so ein Stadtfest zu machen, wo ich einfach eine Runde aussitze, und alle Arbeiter dann quasi wieder frei mache, und die auch Produktionsgebäude wieder habe, und, wie gesagt, in der ersten Fall, die haben das auch tatsächlich abgebrochen, weil ein Mitspieler null Spaß daran hatte, dann ist es wieder auf den Tisch gekommen, die nächste Partie haben wir aus Zeitgründen dann wieder abgebrochen, und dann ist es wieder auf den Tisch gekommen, wieder auf den Tisch gekommen, wieder auf den Tisch gekommen, einmal haben wir es sogar zweimal im Stück gespielt, die erste Partie habe ich sowas von katastrophal verloren, mit irgendwie 44 zu 130 Punkten, und dann habe ich gesagt, komm, hier, zack, 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 alles nochmal auf, und er so, wie, nochmal? Ich so, ja, das will ich gerne nochmal spielen, wir haben es dann nochmal gespielt, und dann habe ich irgendwie selber mit 100, was auch immer, Punkten zu irgendwas gewonnen, in der Summe beiden Spiele hat er trotzdem mehr Punkte gehabt an sich, aber ich hatte auch in der ersten Partie schon Spaß, in der zweiten natürlich noch mehr, weil da lief es einfach echt gut, und da habe ich auch schon ein ausführliches Video gedreht, einmal, wo ich euch das vorspiele, dass ihr wirklich auch ein Gefühl für das Spiel bekommt, und dann nochmal ein Rezensionsvideo, wo ich auch nochmal viel tiefgehender darauf eingehe, als jetzt hier, das war ja wirklich nur so oberflächlich zusammengestammelt, aber guckt euch die beiden Videos mal an, dann, also sowas eine, um Eindruck für ein Spiel zu bekommen, als auch das andere, wo ich wirklich Stärken, Schwächen, Probleme, coole Dinge, die beim Spiel passieren können, wirklich mehr in die Tiefe gehe, und das war es dann, das waren meine Highlights im September 2020, jetzt kommt der Oktober, es sind viele, viele, viele Spiele angekündigt, allein für diese Woche schon, für nächste Woche, ich weiß so ein paar englische Sachen, die irgendwie, ja gerade über den Teich schuppern und dann auch irgendwann hier ankommen werden, ich weiß gerade nicht, wann ich das, also spielen, drehen, schneiden, hochladen, das, ich habe viel zu tun, es wäre cool, wenn ein Tag gerade 48 Stunden hätte, weil die bräuchte ich einfach, um das wirklich auch alles machen zu können, also ich habe da wie gesagt mega viel Bock drauf und das ist auch nicht so, dass die Spiele halt einmal gespielt, normalerweise früher, vor drei, vier Jahren hätte ich mich auch hingesetzt und dann habe ich gesagt, okay, ich habe Bonfire jetzt heute gespielt, ich habe es verstanden, ich weiß wie es geht, ich kann da ein Video zu machen, euch das zeigen, ist gerade super hot, ich muss unbedingt die Erste sein, der da ein Video zu macht, ne, mache ich jetzt nicht mehr, das können auch gerne andere schnell in den Fingern haben als ich und dann machen die da ein Video zu und das gucken sich dann irgendwie dreimal so viele Leute an, das ist mir tatsächlich mittlerweile relativ egal, ich versuche da immer noch wirklich die Qualität hochzuhalten und das halt so oft zu spielen, bis ich sage, okay, jetzt bin ich glaube ich dicht dran, ich glaube ich kann es bewerten, auch wenn man natürlich so ein Spiel wie Bonfire 20, 40, 60 Mal gespielt haben muss, um da wirklich drin sein zu können, wirklich über die ganzen Strategien und Möglichkeiten und alles gut reden zu können, das trifft aber einfach auf jedes Spiel zu und das kann man als Ritzensende nicht leisten, das könnte ich bei Terraforming Mars machen, das kam 130 Mal auf den Tisch, aber eben auch in mittlerweile vier Jahren, aber gerade die krasseren Dinger, die versuche ich halt immer zwei, dreimal auf den Tisch zu bekommen, aber das ist halt auch wieder schwierig, es sind gerade viele Spiele drin, also ich kann ja nicht versprechen, dass es immer so wird, aber ich werde auf jeden Fall solche Videos noch immer Überblicksvideos oder Erstundrucksvideos nennen, damit ihr auch einfach wisst, okay, das hat Ben jetzt irgendwie gespielt, er möchte es uns gerne zeigen, es geht ja auch nur darum, dass ihr diese Informationen habt, weil das Spiel halt irgendwie gerade hot ist und viele Leute interessiert und wie gesagt, dann, also wenn es ein Überblicksvideo zu so einem Spiel gibt, dann muss ich mal gucken, ob es dann später einfach nochmal ein Rezensionsvideo gibt oder ob ich das einfach in einem Gezockt erzähle und wiedergebe, das gucken ja tatsächlich ein Großteil der Zuschauer, also die, die halt viel bei mir gucken, aber auch vielleicht nur selektiv gucken, die meisten davon gucken tatsächlich in diese Gezockt-Videos rein, das gibt es ja mittlerweile auch auf jedem Kanal, das heißt irgendwie gespielt und zu Tisch und keine Ahnung, das ist ja auch immer spannend, dass man viele Informationen in kurzer Zeit bekommt und von daher bin ich ganz froh, dass ich das Format durchgesetzt habe, dass ich ja wirklich mal rudimentär vor vier, fünf Jahren angefangen habe und ja, wo man auch teilweise Aufnahmen aus meiner Küche sieht, wo hier irgendwie alles voll ist mit irgendwelchen Panta-Flaschen und so, also das war ja auch ursprünglich so gedacht, nach dem Spielabend kurz hinsetzen, sagen, was wir gespielt haben, ja, mittlerweile sind dann doch immer 10, 12, 15, 20 Spiele drin, ich muss nur kurz gucken, das dauert hier auch schon wieder viel zu lange, ich muss jetzt auch alles noch schneiden und bald kommt der Techniker und ich muss noch aufräumen, naja, gucken wir mal. Also, wir sehen uns sicher morgen schon wieder oder heute Nachmittag noch, je nachdem, wann dieses Video online kommt, guckt auch mal gerne in mein, ja, ich weiß nicht, wie ich es nenne, Transparenz-Video oder da wird noch was kommen, also schaut da auch gerne mal rein, das ist hoffentlich ganz interessant und ich hoffe auf jeden Fall, dass euch meine Arbeit, die ich hier mache, gefällt, dass ihr irgendwie Spaß dran habt, dass ihr damit was anfangen könnt, wenn ja, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben, wenn nein, lasst mir gerne einen Kommentar da und ja, das war es dann von mir, vielen, vielen Dank fürs Zugucken, bis bald und tschüss. und tschüss. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020